so weiter gibt es mir nicht was mit rivals und wir sollen 100.000 das kriegen wir doch hin mit einem intercept auf jeden fall auf die harte art das klingt doch immer gut alle einheiten achtung verfolgt aus der luft ich habe getroffen ok control racer setzt aggressiv gewalt ein benötige hilfe von einheiten in der nähe er ist eieiei an alle einheit verfolgt verdächtigen code 1044 alle officers in der nähe bitte melden der first install wieder in sicht, alle einheiten aktuelle positionsdaten auf mdc den hat er aber gespürt alle einheiten die schnellsten stoppen unter haften reifen gewinnen druck werde schneller die schlöger einheit einheit 3 dieser verdächtigen Racer, nahe Einheiten-Unterstützung leiten. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Verfolgung an alle Einheiten eingreifen. Der Treffer sind über den Ziel und haben das jetzt richtig. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Nein, was war das denn schon wieder? Zentrale, haben Verdächtigen wieder in Sicht. Ja, das war's, ist da weg. Zentrale an alle Einheiten, Verfolgung an den Racer. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgen den Officer auf der Stücke. Ja, das war's, ist da weg. Ja, das war's, ist da weg. Officer verfolgt Verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Racer ist entkommen. Alle Einheiten, nicht Kontakt herstellen. Control, Verdächtiges Fahrzeug ist weg. Verstanden, Verfolgung beendet. Alle Einheiten, zugewiesene Streife fortsetzen. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. An alle Einheiten, verfolgt Verdächtigen Code 1044. Alle Offices in der Nähe, bitte melden. Vorrede ich in der Nähe wieder. Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Verfolgt Zielfahrzeug, sind Sie erschaffen dieses Races. 814, Einheit leider erbittet weitere Racer. Auf Code 3 hinter der Transforsche 918 Spyder. 1 Lenken 6 schliebt sich an. Dieser 1044 kommt einfach alles. Ich hab knapp 4.000, ich soll nur eine 1.000 rausholen. Verfolgt 1037 ist auf dem Weg. Verfolgt der Strasse. 3 Jagen. 1 Lenken 518, ein Schauspielraum. 3 Lager 1 in der Schlacht. Ich hab mal zweifel mehr vorgegeben. 4 Lager 1 in der Strasse. wieder kriege ich die scheiße von denen hat er hört doch mal auch noch mehr zu werfen es geht definitiv ins wasser Ich wurde fast wieder aufgebaut. Oh, leck mich doch, ey. So weit ist es immer ich. So weit ist es immer noch ein Rennen, ey. So, nur kriegen wir es nicht hin. Wir nehmen. Da ist es auch immer ein Rennen. Call 3 genehmigt. Erbitte Statusmeldung. Over. Auf Zentrale, Verfolger an Straßenrennen entlang Sound Valley Run. Verstanden. Alle 1044er verhaften, bevor das Rennen endet. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Vorfolger an alle Einheiten. Halt, halt, halt. Oh, gib ihn mir mal nach. Auf Zentrale, leistet Widerstand. Nicht vorgeben, weiblich. Go 3. Auf Kontroll, Ziel getroffen. Den hat er aber gespürt. Das war es. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Zielfahrzeug gefunden. Fahrer los und greife ein. An alle Einheiten, Verfolgung, Verdächtigen, Code 1044. Alle Offbüssen in der Nähe, bitte melden. Ziel wiedergefunden, Verfolgung aufgenommen. Weitere Verdächtigen-Effekt, Gehauf, Code 3. Nagelbandantriff erfolgreich, Ziel wird langsamer. Officer meldet Sichtkontakt zu Rennen. Die Offbüssen sind alle hier rein, Nevers. Einheiten ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Jetzt wird alle zerlegt. Natürlich, jetzt kann ich die zweite Mal machen, weil ich in der Scheißschleife gefangen bin, oder was? So, jetzt kann ich mich nur abwarten, oder was? Zwei von drei weg. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nur warten. Das kann ich mich so verschwinden hier. Das kann ich mir in die Kapperei gehen. Ich glaube, so groß wegkommen, werden sie eh nicht. Jetzt kommt immer dazu. Jetzt ist sehr viel los. Alle waren weg, oder was? Nee, da vor so einer. 2 sind sogar noch so vier von vier sind weg ein zieler noch nervt mich doch nie mit dem scheiß nur gab es 1151 am Verkehr, wir müssen diesen Kerl stoppen. Aufpassen, Verdächtige wollen unsere Wagen beschädigen. Roger, Verhaftung wird Schäfft gehalten. Oh Gott. Der Saale habe Schäden am Wagen, Verdächtige hat mich gehalten. 814-4, Status wurde aktualisiert. R15 an alle, sind über dem 1044 und haben ihn entdeckt. Boah, immer ich, ey. Ich werde von den eigenen Leuten ausgeschaltet. Ich hätte den Typen gehabt. Ja, dann müssen wir wieder auf Null. Damit dürften wir wieder auf Null sein. Wir haben 60.000. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Okay, wir nehmen sie sogar. Gut, dann müssen wir nur da weitermachen. Okay, dann ist es halt so schön. Schnelles Objekt in meinem Gebiet ausgemacht. Könnte ein 1044 sein. Over. Arbeiten fehlen. Ich mache mich um ihn. 814-4, Einsatzleiter ermittet weitere Details zu diesem Einsatz. Over. Auf zu stoppenes Fahrzeug sieht nach einem Porsche 918 Spider aus. Zentrale setzt die Verfolgung fort und vordere Helikopter an. Code 3. 814-4, gut. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Verdächtiger, Verdächtiger, Verdächtiger. Verdächtiges Fahrzeug identifiziert. Der Verdächtige wird nicht anhalten. Setze Einsatz fort. So, wenn er jetzt nicht wieder an mir die Dinger vor die Nase schießt. Auf jeden Fall. Dann können wir die 100.000 relativ easy zusammen. Oha. Ich kann ja wohl die andere Auffahrt wieder nehmen. Oha. 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 413-6, ich bin hinter euch. Ist Verstärkungseinheit versuchbar? 8. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Ist er jetzt wieder runtergefahren? Oh, lecker. 10 Verdächtigen lässt das alles kalt. Brauchen Luftunterstützung, um ihn zu verfolgen. Over. 8. Abschluss R1 auf dem Weg zu eurer Position. Wir haben Sichtkontakt zum Rater. Ja, der Zweck. Wir haben Sichtkontakt zum Rater. Ja, der Zweck. 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 Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed-Racer-Verfolgung an alle Einheiten eingreifen. Ja, der Zweck. Ich glaube, bei den 100.000 werden wir nur eines bietet schaffen. Den Racer. Ah, lecker. Ich würde den 1.000. Das wäre nichts. Das wäre nichts. Da müssen wir sehen. Da muss ein Racer machen. Hier. R14 an alle, überfliegen, vernächtigen und haben Fliehkontakt. R14 an alle, hat mein C-44 ausgebremst. Achtung, Verdächtiger fährt mit platten Reifen. Alle Einheiten nach. Wieder erfasst und setzen Verfolgung fort. Kontrollbestimmigter Treffer am C-44. Achtung, Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. So, dann nehmen wir noch die Pins mit. Achtung, Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed Racer. Verfolgung an alle Einheiten eingreifen. Klung, den hat es auf den Fall schön in die Wand gedrückt. R14 in meiner Nähe, ich brauche hier Verstärkung, over. R14 sind über den Sieg und haben es in Sicht. Der hat auf den Fall eingesetzt, einbekommen. Zwei Minuten, aber nicht mehr. Das ist klar. Kontrollziel getroffen. Den hat er aber gespürt. Ziel C-44 erfolgreich festgenommen. Leider nur aufgeholt Seber. Aber mal hin. Schneller geht es nicht mehr. Ja, da habe ich irgendwas geholt. Das ist schneller und das brauche ich nicht. So ein Interceptor wäre wirklich gut. Ah, VfDM, okay, das kriegen wir hin. Hartes Ziel. Versucht, alle Ziele zu fassen, während das einen läuft. Zentrale verfolgen, mehrere Verdächtige, schicht um Luftunterstützung. Ach, Achtung, R1 auf dem Weg. Kursalverdächtiger getroffen. Jetzt hat er tatsächlich gemerkt. Verdächtiges Fahrzeug identifiziert. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Ach, Achtung, Felskrupp 3, der Verdächtige, Racer. Und dann, die Stütze bleiben. 10-44, helft mich auf Distanz. Ich folge ihm und warte auf Gelegenheit für ein Bitman. Over. Lässe, 1-10-42 in seiner Läser. Nummer 1. Alle Einheiten, 1-10-40 wurde aus dem Rest genommen. Zentrale, 10-44 gestoppt und verhaftet. Gebt Bescheid, ob ich bei anderen Einsätzen helfen soll. Over. 8-10-4, verhaftet. Reifliche Verdächtige weiter verfolgen. Nummer 2. Zentrale haben Verdächtigen festgenommen. Ach, ich habe verstanden. Alle restlichen C-44 im Gebiet finden unter Haft. Hup. Auf Control, der Racer wird schneller. Verkehrspolizei vor seiner Position alarmieren. Wir warten über 4, 5. Wollen wir uns keine Nachschub mehr halten. Du, der ist ja fast voller Energie, der Junge. Nein, ich kann nichts machen. Der Verdächtige wird nicht anhalten. Letzte Einsatz. Natürlich wird der nicht anrufen. Aber, ihr habt sehr viel völlig. Da ist die Garage, äh, eine Werkstatt. das war es der flug ist mir gerade egal, haben sie mich geschöpft wir haben hier 100.000, das ist das wichtigste 100.000 voll war mir fast klar, bis dahinter noch ein schild steht ohne abflug getakt ist doch, die nehmen wir mal mit 6 Minuten haben wir gebraucht, ok nur 6 Minuten naja, geschafft ist geschafft geschafft ist geschafft Kapitel Nummer 7, befördert du hast den Test bestanden, Kandidat willkommen in der besten mobilen Eingreiftruppe des Landes dem FBI Vehicle Response Team die Auswahl läuft weiter und die Anforderungen werden täglich härter in der Garage findest du deine Ausrüstung genau für dich angepasst und einzig dazu bestimmt, deinen Job zu erledigen ein für allemal der amerikanische Steuerzahler investiert Millionen Dollar in dich wir wollen, dass sich das Geld lohnt der eisern Handschuh passt perfekt und dann sollten sie wieder springen bereits heufer mit dem Nagelband ah ja ja, das ist nicht ohne wir zeigen Ihnen, wie das VRT Dinge regelt ich bin fast da weil der Haus wieder rausgegangen ist naja ich bin fast da ich bin fast da ich bin fast da ich bin fast da Ich dachte gerade schon, ich müsste die 100.000 Nummer fahren. So, also was war das jetzt? 60.000? Nehmen wir die. Aber nicht jetzt.